Komm schon, lauf doch, das ist nur wenig. Komm, weißt du jetzt nieder. Komm, macht sie Platz hier. Äh, du kommst mal mit und kämpfst gegen die Truppe hier. Äh, okay, die greifen schon mal das und Dario kämpft hier gerade alleine gegen den kompletten Trupp. Äh, Leute. Was ist los? Dario ist hier gerade fast am sterben gegen einen Trupp alleine und die anderen greifen einfach nur das Haus an. Oh, cool, die sind in Ruhe. Komm, jetzt wird sie wieder... Okay, hier greifen alle Tassen. Bis auf Dario. Genau. 120 Dollar. Der arbeitet jetzt mit dem hier. Ah, Dario. Danke, dass ihr mich befreit habt. Schau, ich habe eine neue Technologie erfunden. Und im Hintergrund kämpft Dario. Ja, das ist immer so. Cool, jetzt kann ich Ballistantürme bauen. Katsching. Ähm. Eigentlich solltest du dir das angreifen, damit nicht noch mehr böse Leute kommen. Ich hoffe nur, die Bösen kommen jetzt nicht so schnell. Ich glaube schon schneller. Okay, ich glaube ich... Immer... Zwei Trupps... Lass ich hier hin. Cool, jetzt habe ich einen Verleihbeigner bekommen. Die lasse ich erstmal ein bisschen... Was brauche ich denn am meisten eigentlich? Eisen. Holz brauche ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, wisst ihr, was ich hasse bei Facebook, wenn Leute irgendwelche Like-geilen Sachen machen. Zum Beispiel ein Bild hin... Äh, wo sie mit dem Handy vor dem Spiegel stehen und dann daneben schreiben... Ah, ich bin so hässlich. Und dann schreiben alle... Nein, du bist doch gar nicht hässlich und liken's. Aber es gab ja auch so eine... Irgendwie so eine Like-Ree... Wenn man... Wenn ich durch jetzt... Eine Million Likes... Äh, wenn ich für dieses Foto eine Million Likes kriege... Dann... Ähm... Nein... Dann stelle ich irgendwas hoch. Oder hast... Dann kriege ich zum Beispiel einen Hund oder so. Das haben auch zwei Mädchen gemacht. Hat der Vater gesagt... Ähm... Also sie hatten so ein Foto und da... In ihrer... Da war also eine Sprechblase und da war dann... Stand dann... Ähm... Wenn... Äh... Wenn... Wir... Eine Million Likes kriegen... Hat unser Vater gesagt... Dann kriegen wir einen Hund. Okay. Naja. Erstmal durch mich jetzt mal. Ich mach mir grad noch ein paar Trupps. Schwertkämpfer-Trupps. Äh... Die Burg wird grad rausgebaut und so einfach. Zu einer schicken Festung. Ist da... Wie... Ist da... Wo... Kampf. Wo... Kampf. Hier soll doch nur da hingehen. Hier ist noch kein Kampf. Was war bei denen da für Kampf? Okay, ich hab auch nicht mehr so viele Truppen. Wir erledigen das! Okay, das sieht doch schön aus. Ein Schwert-Trupp. Euer Wunsch ist mir... Und jetzt mach ich auch mal einen Lanzen-Trupp mal. Da, da! Jetzt hab ich ne geile Festung. Aha, aha, I like it. Bäh, da werd ich alle wegbetteln. Ey, cool, ich kann das. Stimmt ja. Dafür brauchte ich eine Festung, ne? Kann ich sonst noch... Was? Meister, ein Waldarbeiter konnte die Räuber in ihrem Lager im Süden belauschen. Sie planen, in Kürze eure Siedlung anzugreifen. Ihr müsst mit zwei Trupp-Schwertkämpfern rechnen. Bebreitet euch auf den Angriff vor. Ihr solltet euren stärksten Truppen die Verteidigung der Stadt verstrauen. Das ist doch gut. Was soll denn da? Also... Gab grad'n klein... Sprachproblem. Simon, wirst du grad ne Sache nicht. So, gehen wir mal hier an. Machen wir so. Mit zwei Schwert-Trupps muss ich rechnen. Alles klar. Äh, das mach' ich mal neu. Neue Technologie, damit ich hier mal zwei Ballister-Türme hinbauen kann. Äh, Bürschchen, ich brauch' Ballister-Türme. Dieses Ei, äh, dieser Stein, ne? Der kriegt langsam paar Aggressionen. Ich brauch' mal wieder paar neue Leib-Eigner. Was? Mal wieder Stein. Was? Ein Stein bekommt Aggressionen oder hab' ich mich da verhört? Nein, ich. Ach so. Ein Turm. Stein. Ach so. Mensch. Okay, das wär' jetzt auch komisch, weil ein Turm auch kein... eine Aggressionen bekomm' kann. Ihr werdet angegriffen. Alter, das war schon das Gemäßchen. Raaaaaah, komm, 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 jaaaaaaah. Aber hier sterben auch Leute, aber gar nicht gut. Du du, du du du... Du 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 du... Du 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 du... Du 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 dur... Ba stateda... Ba quedmates... Dann du 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 du... Bis zur Vision war ich Leute? Ja das war's oder? Ah nee hier ist noch einer. Letztens habe ich was richtig Behindertes gesehen auf Facebook und zwar einer schreibt 30 Likes und ich stelle mein ach so gutes Zeugnis rein. Das Zeugnis war übel schlecht aber hat 30 Likes bekommen Also gleich geiler geht es nicht also das müssen wir ruhig mal einen Stein suchen wo ist Stein? ey kann es sein dass auf dem auf dem Weg ist gar kein warum ist auf diesem Map kein Stein mehr? ach doch da hinten äh was wo bin ich? Hilfe noch 17 Steine super bis geil sehr geil okay ähm Technologie erforscht äh ich brauche nur einen einzigen Leibeigner ich würde gerne das da bauen Stein ah endlich sowas das brauche ich jup was jetzt? alle Rohstoffe sind weg ja doch weiß was du machst dann guckst du ob es noch mehr gibt du Pfosten ja alter woge warum gibt es hier keinen Stein? da hinten gibt es zwar Eisen es gibt Eisen und Maß ist aber kein Stein ähm kennt ihr von mitten im Leben äh Maria Amjad die ähm ihr müsst auf jeden Fall euch mal ein Video ansehen so geil die hat halt immer Hunger und dann war halt nichts zu essen da hat die Klopapier gefressen oh nein Gott also Leute können manchmal wirklich sehr arm sein nein Leute sind arm äh kein Problem ihr habt nicht nur genug unser Dürfen ja äh 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 okay gibt's hier irgendwas mit Lohm also sie beteiligen ihre Steuer das ist schön ich hab null Spiegel 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 aber alter Holz hab ich doch genug aber ouch äh steinig wach ich mal aus mhm 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 crazy shit okay hab ich doch eigentlich schon alles fertig gemacht aber hier unten nicht da sind wie viele Trupps zwei Trupps noch aber ich greife hier jetzt erstmal nicht an ich hab ja keinen Bock die anzugreifen wahrscheinlich kommt die Röcken hier sowieso noch einmal an oder dann kommt ja wieder der Mentor bla 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 ist die beste Zeit die anzugreifen bla 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 weil sie noch so wenig sind bla 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 ja ich baue jetzt einfach mal Sachen irgendwie sinnlos aus genau scheiße ich hab jetzt grad Stein verballert okay ihr halt einfach mal da ein bisschen abzumelig aber wo ist denn Stein nein hier erwehrt worden man ich weiß wenigstens hab ich das hinten ausgebaut zum Stein stollen gib mir W ham ... ok lustig okay ausbaut ganz lustig ra豪 ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaubend Nein, ich verballer jetzt keinen Stein. Ich brauche auch keine Thaler. Wann ist eigentlich Zahltag? Oh, ein paar Sekunden. Nun kriege ich ganz schön viel Cash, Alter. Das letzte Mal brauchte ich zu wenig, aber die zweite ist zu wenig. Und jetzt kriege ich BAM! Jetzt habe ich 0690. BAM! Ich kann ja mal 0690. Kann ja mal... Da... 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 Ähm... Was gibt's noch? Ähm... Was gibt's noch? Hier... Hallo? Äh... Hallo? Okay... Okay... Leggy... Nö... Okay... Dann gucken wir mal... Jetzt bin ich einfach hier ein bisschen... Um Patron... Ja... Um Patron... Okay... Dann errichte ich ein neues, und zwar... Dann... Oh ne... Och wieso... Mann... Immer verbraucht hast sowas, was man braucht, ne? Ein Stein... Aber scheiße... Schneller... Star... Schneller... 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 Ich wollte auch nur... Ballister-Türme haben... Wollte auch nur... Ich will nicht funktionieren... Ich will nicht funktionieren... Und... 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 Okay... Auch... Die Kraftverfehle bei Dr. Deales... Die Kraftverfehle bei Dr. Deales... Die Kraftverfehle bei Dr. Deales... Ja... Ja... Ja, das ist das geilste... Von White Titty... Bis... Wir werden angegriffen... Stopp... Das ist jetzt nicht gut... Bis... Ja... Stopp... Ergreift sie! Verteidigt euch die Angriffen... Und hier... Und hier... Sind wir sonst noch irgendwo hier? Angriff! Und... Was? Ihr müsst etwas Platz schaffen... Bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt... Ich könnte schwören... Ich hab gerade alle Elfe gesehen... Oh... Was? Scheiße... Ich will von zwei Seiten einkommen... Scheiße... Ich will von zwei Seiten einkommen... Der Bürgermeister von Oberkirch hat... Er betet euch umgehend zu ihm zu kommen... Er braucht dringend Hilfe... Vielleicht kann er euch auch etwas über den Verbleib von Ulrich erzählen... Okay... Aber er muss sich hier hinten gehen... Okay... Aber er muss sich hier hinten gehen... Aber er muss sich hier hinten gehen... Feinde greifen ihn an... Er greift sie! Gott... Ich hab jetzt Angst, dass er etwas kaputt macht... Gott, ich hab jetzt Angst, dass er etwas kaputt macht... Gott, ich hab jetzt Angst, dass er etwas kaputt macht... Bis zum nächsten Mal.